hallo meine lieben freunde willkommen zu einem neuen part ja wir machen schon eine neue welt nennen wir lp2 ja es sollte ein ganz schönes lp werden und sein ja und jetzt generiert die Landschaft und wo sind wir ja schöner Platz ne ich schätze direkt mal so äh leider haben wir jetzt kein Mikro äh keine Musik weiß ich jetzt auch ein Spiel so aber auch ja äh versuchen wir dann auch hier noch ein bisschen ah lecker ich schätze drauf äh ja bauen wir hier noch ein bisschen ab ja ich mache eine kurze Pause und melde mich dann wieder ja ich bin wieder da ich habe nur kurz ein Texturenpack eingefügt ja das ist das Fax poor bdcraft zum 64 64 64 ist es ich habe nicht so einen guten Laptop aber ich brauche schon ein ja dann habe ich hier schon ein bisschen Holz das sind Kühe und Schweine ja und die Applaus abbauen und so Fax wird nicht an der Oberfläche sein sondern ich würde mir gerne das Fax wird nicht an der Oberfläche sein sondern ich würde mir gerne ein bisschen unter der Erde ja ja richtig gehört ich baue mir jetzt hier einfach ich baue mich jetzt runter ich baue mich hier einfach jetzt runter und mache ich hier okay es leckt ein bisschen ja aber sonst ist für mich sehr angenehm ja hier direkt mal taff tüff 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 ja und hier existiert ja er war bei mir mal in der Welt und ja was ich weiß was ich fallen lassen aber auch nicht so ähm ich mach ich nicht extra Dinger ich mach mir nur so das hier verbrauch ich spitz also dann fangen wir mal hier an zu bauen ich muss irgendwo eine Höhle sein, weil Gravel ist überall eine Höhle wenn ich jetzt nur das drin hätte, könnte ich relativ, ja, das sehen aber auch egal, ja, nächstes mal wird ein Spezialgast dabei sein, vielleicht mein Freund Eduard, der sich, der bald auch Let's Plays machen wird ja, und ja, wir spielen jetzt friedlich, weil ich mag es nicht direkt auf, ja, auf einfach, weil hat sich nichts zugehört das wird mein erstes LP, ich wollte andere Dinge auch noch hochladen, also andere LPs, aber die sind zum Schrott gegangen ja, zum Beispiel, Dom the Play, einer der, der bei mir in der Nähe wohnt, der bei mir in die Schule geht, bei mir in die Schule geht ja, ähm, der, ist ganz korrekt, ich hab mich Dom the Plays genannt in Minecraft, jetzt nicht, dass ich ein Faker bin, er hat's mir erlaubt ja, da machen wir immer ja, weil, ja, jetzt haben wir genug Stein das machen wir uns einfach das machen wir uns ja boah, mein Herz tut weh ich würd sterben das das ja es es ist es 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 und direkt eine geile Höhle gefunden eine Spalte mehr zu sagen so eine Spalte aus so eine Spalte aus so ist ja nice aber leider ja ich kann nichts dafür ich werde auch mit Shows machen von Servern von Mods von Texturen Packs ja und ja abonniert Daumen hoch ja dann könnt und ich mach bald ein Spezial für meine 10 ersten ja 10 Abos meine 10 ersten Abos also ein Gewinnspiel wer zuerst mir ein privat E-Mails sendet mit einem Video wo drin steht ja hallo hallo Marco ja 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 was also dann können sie sagen ja ich möchte einmal bei deinem LP Together mitmachen ja und in Skype so und so bitte adde mich und der Erste der das geschickt hat der wird mit mir ein LP Together machen also ich mach auch so ne also so ja es wird gelost also nicht direkt wer der Erste ist es wird gelost und ja aber einer von den Top 10 die mir das direkt geschickt haben werden bestimmt drin sein weil die müssen weil sie waren so gespannt und wollten mit mir ein LP machen ja ich hab einen scheiß pick oh man hm leck mich okay das habt ihr jetzt nicht gehört ne äh wir sind uns einig ihr habt das nicht gehört ja Oh mein Gott, das werde ich hier wieder mit der Erde zudecken, damit kein Vorfall passiert. Ähm, wir haben 5 Eisen, okay, Flüstersteine, 4 Pflicht, den Ofen, den Baum direkt. Oh, lecker. Alter, ich bin reingepackt. Ja. So, ich gebe noch einen Ofen hin, den ich jetzt machen werde. Ja. Ja, ich mache ihn und da mache ihn. Das ist keine böshafte Monster spawnen. Wir haben jetzt mal passiert, schon ausgeleuchtet, aber da ist ein trotzdem Monster gespawnt. Keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber auch egal. Ja. Ja, da machen wir uns direkt auch mal zum Kisten. Die Kisten tun wir nicht hier oben hin, weil... Ja. Ja. Mir ist mal passiert, ähm, in einem... Weil ich werde hier die Welt so lange ausbauen, bis sie perfekt ist und werde hier auch bald mit Let's Battles starten. Und wie das mal passiert. Sie haben eine Kisten entdeckt und was ist passiert. All mein Diamant war weg. Jo. Nicht, dass es ein Problem war, also mit, ähm... So, das Eisen legen wir direkt da rein. Ich wünsche, dass mir das wieder passiert. So. Ja, das war's auch mit diesem LP. Und tschüss.